Ich weigere mich ergebenst, Sir. Hörst du das? Ja. Das ist Sergeant Donnie Donowitz. Sein Spitzname ist ja wahrscheinlich geläufiger, der Bärenjude. Wenn du von Erde dem Apachen gehört hast, dann bestimmt auch von Bärenjuden. Ich hörte von Bärenjuden. Was denn? Der Mann schlägt deutsche Soldaten mit einem Prügel. Er zerschmettert ihm die Birne mit einem Baseballschläger. So sieht's aus. Pass auf, Werner. Ich frag dich jetzt ein letztes Mal. Und wenn du dich dann immer noch ergebenst, weigerst, dann muss ich den Bärenjuden rufen. Und dann schnappt er sich seinen fetten Schläger und donnert damit so lange auf dich ein, bis du tot bist. Jetzt nimmst du deinen Wiener Schnitzelfinger und zeigst mir auf der hübschen Karte, was ich wissen will. Leck mich! Und ihr Saujuden auch! Du bist dein Geld echt wert, Werner. Da wir nicht so oft ins Kino kommen, ist es ganz nett, wenn Donny mal einen Nazi tot prügelt. Donny! Ja? Ihr wählt ein Deutscher für seinen Vater, dann sterben. Tu ihm den Gefall. Du bist dein Geld echt wert, werner. Du bist dein Geld. Du bist dein Geld echt wert, werner. Du bist dein Geld. Du bist dein Geld. Du bist dein Geld era zer. Du bist dein Geld. Ist das für's Tötten von Jugend? Dann verkauft. Spätestens jetzt würden wir mal was denn in die Hosen scheißen. Teddy fucking Williams, haut ihn aus der Hütte raus. Der ganze Fenway Park ist aufgesprungen für Teddy fucking Ballgame. Er hat ihn rausgepfeffert, raus bis auf die Lanes Downstreet. Du! Mann, Hirschberg. Danny, bring mir den Kerl her. Ne, Wendy. Steh auf, Drecksau. Bring dich in Position. Du bist dran. Fallschwege. Ich kopf, du wohl. Hast du Schiss? Ja. Wiki! Ich brauch dich zum Händchen halten. Willst du am Leben bleiben? Ja, Sir. Da will sich wohl einer um das Baseballmatch drücken. Dann zeig uns auf der Karte, wo die deutsche Stellung ist. Wir können ihm aber auch die Eier abschneiden. Wie viele Deutsche? Es könnten zwölf sein. Er will seine Eier behalten. Und ich hab mich schon so gefreut. Was haben Sie für Waffen? Sie haben hier ein Maschinengewehr graben. Nördlich ausgerichtet. Da ist ein Säge von mir, ich schrei. Ich trage mich sonst eine Eier. Schrei.